Hallihallo, ich bin's wieder, eure Miss Europa. Mein heutiger Badegast, der österreichische Bundeskanzler. Servus, servus, küsst die Hand, schöne Frau, küsst die Hand. Ein Publikum, ein Leiband, das ist aber hier, das ist ja Wahnsinn. Du Sebastian, sag mal, den Österreichern geht's doch gar nicht schlecht. Die sind eines der reichsten EU-Länder. Und trotzdem hast du eine Koalition mit den Rechtspopulisten. Warum denn? Na ja, die haben gesagt, dass wenn ich einen mitspielen lasse, dann kann ich bestimmen. Bestimmer, natürlich bist du das. Wenn du auch nicht willst, dass Rechtsextremisten dein Land regieren, Na dann, wir wählen. Am 26. Mai sind Europawahlen, auch in Österreich.